Nur Furchtbarer, die drücken wir mal runter bei den Wirt oder den Herrn, bei den Herrn. Nein, es braucht so eine Scheibe, ich habe nichts im Sapper. Was drückt die Kinnstocktür? Warte mal! Lass mal, es ist eine Ordnung, dann sind wir mitgenommen, dann geht es. Lass mal, es ist eine Ordnung, dann geht es. Lass mal, es ist eine Ordnung, dann geht es. Lass mal, es ist eine Ordnung, dann geht es. Lass mal, es ist eine Ordnung, dann geht es. Und dann wird es so gut. Musik Musik Aber der von den seiner Wurzelkampen Die Frau Trenschung sie fragen, was der mit seiner Wurzelkampen Aber der von den seiner Wurzelkampen Warne ich DIE bei UST Normalerweise streitet Because of the hat Zwei Stunden? Super! Danke, Herr Bürgermeister! Herr Bürgermeister, wo ist es mit dem Selbstbier? So hoffen wir mal Tempo, wie wir nicht die Zahlen überziehen! Herr Bürgermeister, trivial, Helle Abara, Helle Abara, Helle Porte, которую sing environ! Stimme Tagga, Stimme Tagga Nein, wir haben nicht die Endstadt-Fasemone! Jetzt haben wir nicht, dass wir schon mit dem Boxen sein müssen wollen. Grüß dich, ich hab den Host. Ein Grußwort an unsere Gäste und sag's vielleicht, wo man die her kann und sehen kann in der nächsten Zeit. Ja, wir haben jetzt das letzte Mal ein Recht, die sich nicht versuchten. Und das ist Ehrensache, dass wir heute am letzten Mal wieder zurück, oder? In der Nette der Winter. Und ich hoffe, wir werden dich ein bisschen ersparsen mit der Kamerade. Und den wir jetzt noch weiter hin zum Beispiel mit Partei-Frau-Stadtbegriff. Ich bedanke mich bei dir und wünschte auch viel Glück. Servus, und wir hören wir dich heute wieder. Beziehg einen am nächsten Sonntag im Radio mit einem neuen Titel. Heut, ich mach einer so. Bist schon fast so groß wie ich, mein Lieber. Im 3-4-Jahr wär's beziehg einer mit Frankreich, oder hast du schon? Nein! Nein! Die Mamre ist aber einer dabei. Die macht mit Argus-Auge, gell? Frau Löller! Da geht noch nix, oder? Wann war's nicht ganz genau. Heut, die nächste ist gekommen. Servus, bitte! Martin Löller! So, die Gäste, jetzt haben wir eine 1.stunde Pause. Unsere Künstlerin, die Kurtreue-Adress. Auf geht's, wir müssen los! Applaus, Applaus! Servus, Dresla! Ich habe einen guten Flugkopf, ja. Du darfst ihn in den Engel machen, in den Engel reden, ist das das Richtige? Ja, Dresl, wir sind schon froh, dass du da bist, weil der Louis, der ist schon wieder auf mich. Der Louis, den hat hinten draußen gesehen, mei, hat der am Dicken. Fast wie ich. Jetzt freue ich mich aber schon, dass ich da bin. Jetzt bin ich genannt in München Rüben, da haben sie einen Klubblatt schon aufgerissen, weil das holprig war. Aber jetzt, ich kenne ja die Freunde schon vor dem Krieg her. Und jetzt auch, früher bin ich noch nach Amerika und dann zwischendurch wieder meine Oma, ihr als alte Bäume, haben sie gesagt, ihr sollt mich da einmal einbinden, da in Bayern, haben sie gesagt, dass alles so schön sein. Und die Buben kenne ich auch schon so lange. Sagt der Helmut, du Mölsacker, kriegst dich doch was, halt und singst ins Eins. Seid sie auch dafür, dass ich da einen singen sollt. Ja, so brauche ich keinen Singen. Seid sie auch. So, dann probieren wir es heute. Einlauf, bitte, einlauf. Sehr ernst. Ach, hol doch.